Hey Schatz! Schatz! Hey, hier drüben! Hey, hier drüben! Schatz! Hey! Am 14. Februar war der Valentinstag und ich war da für all die Männer und Frauen, die 10 Euro dafür ausgeben würden, vor einem Greenscreen mit Stock-Footage zu sprechen, statt im Park rum zu knutschen und die Eichhörnchen zu erschrecken. Meine Frau ist immer hier, ja? Hi! Schön, dass es gratis Porno-Premium ausgibt für heute. Wow! Ich finde es schön, dass Porno immer an die Leute denkt wie euch. Ich habe sowas nicht nötig, ja? There's not enough... Oh, guck mal. Mein armes Herz. Und das am Valentinstag. Wir werden heute drei Spiele spielen, die Ja, ich hoffe, ihr freut euch alle, ja? Warum kann das jedes andere Spiel nicht angeben, ja? Das Ganze soll einem Japanisch beibringen, okay? Und oh mein Gott, will ich das. Let's go! Zeit, zurück in die Schule zu gehen, ja? Willkommen zu Koto Gakuken. Gak-Gakuen. Das ist Helene? Aha. Nichts sagt so sehr Valentinstag wie Big Alme-Bubis. Oh, Miyuki, ja? Aha. Ja, so lief meine Deutsch-Jährin auch immer rum. Wow! Über 50. Warum bekomme ich jetzt den Trailer für das Spiel? Es gibt mehr als 50 Lessons, die wir lernen können, ja? Ist das nicht beeindruckend? Brüste lutschen. Hi, Vex. Das ist das Erste, was du im Chat geschrieben hast? Beeindruckend. Ich wollte das Spiel wirklich kaufen, ja? Um Japanisch mit dem Stream zu lernen. Hey, ich bin da! Japan! Das habe ich auch am Anfang geschrieben, ja? Kon-Ban-Wa, Japan! Und so habe ich mich zum unbeliebtesten Menschen in Japan gemacht. Ich war gerade wegen dem Nebenjob in der Bar von einem Freund meiner Familie und habe herausgefunden, dass die deine Virtual Reality-Ecke haben. Und hat der Zivive on und shit mega chillig und trotzdem eine echt alte chillige Bar. Ich hoffe, ich komme da an die Theke. Ey, nice! Zuerst kannst du dich betrinken und dann kannst du dich in VR auskotzen, ja? Nice! Ich verstehe schon, warum du genau dieses Spiel spielen willst. Ja, denn ich will mich fortbilden, ja? Okay? Du wirst es nie lernen, Japan, okay? Ja, solange ich besser Japanisch kann als du Deutsch, da ist okay. Ich muss mich selbst zusammenreißen, Mann! Die Menschen schauen mich schon komisch an, als ob ich ein Weirdo bin. Ja, denn Weirdos würden das Spiel hier nicht spielen, okay? Aber trotzdem, ich kann es nur nicht glauben, dass ich endlich hier bin. Wow! War das ein japanischer Vogel? Wie habe ich es geschafft, dreimal den Bus zu verpassen? Das, äh, frage ich mich auch oft. Also, das ist die Schule, also, hm? Koto Gakun. Gakun heißt, glaube ich, Student. Das habe ich gelernt, ja? Gakun heißt, glaube ich, Student. Wir müssen auf jeden Fall ins Büro gehen, ja? Und es ist schon 4,50 Euro! Oh nein! Beeilung! Schneller! Oh Gott, ich bin hingefallen! Auf sie drauf, wahrscheinlich. Geht es, geht es dir gut? Was? Wo, wo bin ich? Wo, wo, wo bin ich? Drei, drei Worte in einer Reihe. Ich glaube, das heißt, dass dein Gehirn immer noch funktioniert. Ich glaube nicht, dass mein Gehirn funktioniert, weil ich das Spiel gekauft habe, aber... Dann ist er mal hingestellt, ne? Mit dem Spiel kann man Japanisch lernen, ja? Glaub mir, das wird noch passieren. Ich habe die Reviews gelesen, okay? Da hat nur einer geschrieben, dass er endlich jetzt eine Big Booty Japanese Goth Girlfriend findet. Kommen Sie mit mir? Natürlich, gern doch. Ist, ist irgendwas falsch? Was? Was ist so möglich? Es scheint, als ob alle Klassenzimmer voll wären. Aber hab keine Sorge. Wir werden schon ein Hotel für dich finden, ne? Jawohl. Für alle Leute, die einen schlechten Weinzinsack hatten, ja? Hier ist der richtige Sound-Effekt, glaube ich. Das war der falsche. Äh, also wenn du uns entschuldigen würdest... Äh, wenn du mich entschuldigen würdest, ich muss jetzt ein paar Telefonate für ausführen, damit dieser Mann ein Zimmer bekommt. Aber sind wir alleine, hä? Jesus Christ. Was sind das für... Was sind das für Gnosaurier-Eier, ja? Kennt ihr den YouTuber-Ads-Werks? Was willst du damit sagen? Wexler war doch bestimmt nicht besser, also lach uns nicht aus, okay? Ich hab... meinem Bett sehr viel Zeit geschenkt, okay? Du bist arm, oder? Wobosicis. Was... Was lässt mich arm aussehen? Dass ich solche Spiele kaufe? Ihre Schwester hat ein Hotel, in dem wir leben können. Aber es gibt einen Knackpunkt. Es ist ein... Girls-only-Gasthaus. Hm. Interessant. Wieso höre ich vor allem diesen Sound-Effekt? Ich bin gespannt, was das erste japanische Wort ist. Vielleicht ist es ja Uchinchin oder sowas. Ich denke, dass du dich sehr gut verhalten wirst, ja? Und mach nichts Dummes, okay? Bitte? Du bist schließlich von lauter, jungen, feuchten, schönen Mädchen umringt. Und noch schon lange kein Kontakt mit zu dem anderen Geschlecht hatten. Hab ich mich selbst... Klar ausgedrückt? Ich verspreche hier, hierbei, ja? Vater uns im Himmel, geheilt ich werde dein Name, in dein Reich komme, dein Willi geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gibt es heute. Und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergib uns unsere Schuldigen. Und wir uns nicht in Versuchung, zu erlösen uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ehrlichkeit arme, ja? Ich werde mein Bestes geben, um nichts zu tun. Hier ist es, das Gasthaus meiner Schwester. Das aussieht wie ein Fünf... Junge, what the fuck ist das? Hm, interessant. Wir haben schon lange kein Fleisch mehr. Keine Sorge, ich habe genug Fleisch für alle mitgebracht. Jo, sie sieht aus wie Mutter Maria, ja? Vielleicht will sie ja diesmal ein Kreuz genagelt werden. Dass es gerne nicht auf Twitch gesperrt ist. Es ist ein Learning Game. Es ist educational, okay? Wir kommen noch zum Teil mit dem educational, okay? Folge mir, junger Mann. Werden wir das Spiel durchspielen? Ja. Ich habe dafür 16 Euro gezahlt. Natürlich werde ich das tun. Ja, ich denke, dass es Zeit ist, dich deinem anderen Mädchen vorzustellen, ja? Sarah, Helene, Miyuki, Chantal. Ha. Ne, alle 18. Alle sind über 18, Chef. Auch die Linke, auch wenn es mal der sehr knapp wurde, ja? Kann mal jemand bei ihr das Top nach oben ziehen? Ja, das geht schon ab. Sie ist schon zu 25% ready, ja? Wow. Ich will nur mal anmerken, dass sie gerade einfach die... Sie ist jetzt plötzlich spiegelverkehrt, ja? Hey, ich bin Sarah und bin ab jetzt spiegelverkehrt, ja? Das ist Helene. Wir sind beide das erste Jahr hier an der Code-OK Google. Wie sieht es mit dir aus? Also, ich bin seit zwei Minuten hier und bin schon vollkommen... ...erekt. Ich... Ich war eigentlich gerade ziemlich beschäftigt. Ich war in der Mitte von etwas. Ich werde mal zurück in meinen Raum gehen, okay? Ansonsten hinterlasse ich hier eine schleimige Spur und irgendwer rutscht darauf aus und bricht sich den Rücken. Dieses Mädchen, sie ist immer so beschäftigt mit irgendetwas. Das Spiel... Was ist das für... Also... Oh! Oh! Wer gefällt euch von ihr bis jetzt am meisten, hä? Was? Dieser Ort ist doch nur für Mädchen. Gut, ey, ich hab sowieso schon genug von ihm. Bleib weg von mir. Und glaub gar nicht erst, dass ich versuche, mit ihr zu reden. Ich bin müde. Ich geh jetzt ins Bett. Oh mei, oh mei. Sie ist eigentlich so ein sweetes Girl. Aber sobald sie vor attraktiven Jungs steht, wird sie einfach richtig zur Bitch. Was ein Tag, ja? So viel gelernt. Wow. Ich denke, ich hab heute mehr Mädchen kennengelernt als in den letzten Monaten zusammen. Oder in den letzten 23 Jahren. Sarah und Helena sind beide ungefähr in meinem Alter, ja? Und die sind beide wirklich cute. Ich kann es nicht glauben. Ich wurde gebetet. What? Welches ist unsere Lieblings... Unser Lieblings-Mädel, ja? Unsere Lieblings-Waifu? Sarah, nimm Sarah. Oh, warum... Warum Sarah? Fuck. Nur für euch, okay? Nur für euch. Ich bezweifle, dass ich überhaupt Chancen habe bei einer von ihren, okay? Die sind total out of my league. Und die eine geht noch in die Grundschule. Klopf, klopf. Huh? Wie viel ist es? Es kann doch nicht 6 Uhr sein. Ich habe es geschafft, in der richtigen Zeit anzukommen. Endlich kann ich Japanisch lernen, goddammit. Alles klar. Reist zusammen, ja? Behalte mich vor zu lächeln. Drei, zwei... Stop, my dear criminal scum! Du hast mich voll erschrocken. Was ist da los? Der FBI kommt, je nachdem ich Sarah ausgewählt habe. Das wussten die, ne? Ich hätte gern, dass du mir folgst, okay? Ab zur mündlichen Prüfung. Gestern gab es einen Unfall. Den ersten Unfall in der Geschichte dieser Schule. Ich musste herausfinden, wer du bist, ja? Während ich nicht wusste, was ich überhaupt suchen muss. Habe ich etwas sehr, sehr merkwürdiges und Spezielles gefunden? Würdest du gerne etwas sagen, bevor ich das erwähne? Habe ich einen Big Dick oder sowas? Was hat sich herausgefunden? Monka... Wo ist die... Hallo? Oh. Monka S? Ich habe ein paar deiner vorherigen Schulen angerufen. Und niemand scheint etwas über dich zu wissen. Oh, shit, man. Wir kommen von der Straße. Gib einfach zu, damit wir weitermachen können. Ich habe... Ich habe gelogen. Ich habe gelogen. Im Ernst, ganz ehrlich. Ich sollte dich einfach erschießen. Ich sehe meinen Fehler ein, ja. Ich hätte Miyuki auswählen sollen. Nicht Sarah. Aber ich habe auch den Horn, die Twitch-Chat gehört, der voll mit zwölf wegen ist. Ich will dir einen Kompromiss anbieten. Aber als allererstes... Du wirst dieses Jahr demotet. Nein! Silber 2! Denn dahin gehörst du. Du filthy fucking casual. Noob. Low-Tier-Trash. Shit-Face. Fuck. Als Teil des Kompromisses, ja? Musst du einen Einstellungstest machen. Jede Woche. Oh. Am Samstag? What? Wenn du verkackst, dann wirst du für immer ins Exil geschickt. Dino Yama. Wir haben eine einverständliche Erklärung, wie ich das damals im BWL gelernt habe. Ich werde dir mein Bestes geben, dich nicht zu hintergehen. Was geht denn? Hallo. Guten Tag. Mal schauen, wie lange du dich aussehen kannst. Was geht denn wegen Boni Bitch? Professor Saito, könnten wir bitte miteinander reden für eine Minute? Jetzt sag, was du sagen willst. Sag's schon. Ich habe gelogen. Aber mein Ding ist immer noch groß, ja? Oh. Oh Gott. Oh Gott. Gott. Hahaha. Wait. Nein. Was ist das jetzt? Girls and Goblin. Danke. Dick da. Aber ich spiele das Spiel, um Japanisch zu lernen, ja? Das ist das Gesicht der Enttäuschung. Das Gesicht gefällt mir. Du hast uns angelogen. Nicht über die Penislänge. Oh, nicht sie. Ich wusste bereits, dass du gelogen hast. Denn du bist armselig. Aha. Und so weit zu gehen, uns hier anzulügen. Pff. Du bist so ein Loser. Oh. Fucking you. Virgin. Bitch. Jetzt gehe ich schon, ja? Bevor ich dich anspucken muss. Oh, du. Yo, what the hell, man? Ich habe die Sätze noch ausgegeben, um gedisst zu werden und gedamiget zu werden. Hallo? Ich habe ja kein Geodreieck, aber ich würde gerne mal die Maße messen, ja? Ich will nur den Durchmesser von dem Halbkreis wissen. Ich bin sicher, dass du deine Gründe hattest, ja? Schließlich bist du einfach jung und extrem horny. Und du willst Japanisch lernen? Oh, Konnichiwa Senpai. Bestimmt schon, wenn wir drüber hinwegkommen. Jetzt brauche ich zu haben, danke für 5 Euro, ja? Das muss noch ein bisschen mehr Geld sein, ja? Okay, also, wie sehe ich aus? Wie eine Bronze-Bitch oder sowas? Wir sind jetzt seit einer Stunde und sechs Minuten dabei und haben noch nicht ein japanisches Wort gesehen. Äh, doch, Gakuen heißt irgendwas mit Studenten, ja, glaube ich. Ob wir frühstücken? Oh, toll. Oh, toll. Was ist das denn? Ist das ein Sandwich? Das ist doch kein Sandwich. Das ist ein Info-Prozessor. Oh mein Gott. Was glaubt ihr eigentlich, wie lange Leute so ein Spiel spielen? Warum hast du gelogen? Ich wollte wirklich herkommen, ja? Aber das ist wirklich eine Eliteschule und... Sagen wir mal so. Ich bin fucking dumm. Das ist alles sehr interessant, aber... Wir sollten jetzt wirklich shoppen gehen. Bevor du gehst... Ich muss dir jetzt was zeigen, das ich dir zeigen wollte. Meine unheimlich gut geformten... Fällt nichts anderes ein, was ich dafür einsetzt kann. Boops, ja? Es war Boops, okay? Ich will einfach die Location aus und dann geh da hin. Wow, cool, danke. Aber Sarah, wo ist die Location? Dein Bett. So, sorry. So lerne ich Japanisch übers Handy. Und das ist die einzige Weise, wie ich bis jetzt Japanisch lerne, ja? Ich gebe das ein... Und fahre es nach. Das hört sich... Das ist doch spaßig, oder? Das macht Spaß, so Japanisch zu lernen, ne? Ja, fass. Fass. Hey, Sarah. Ich bin so müde. Oh, hier im Blumenshop zu arbeiten und literally fucking nichts zu tun, macht mich so müde. Und wie sieht es mit dir aus? Willst du ein paar Blumen kaufen? Natürlich. Oh, Moment. Oh. Oh. Natürlich. Hey, ich muss dann jetzt wieder zurück zur Arbeit, ja? Können wir später reden? Sie hasst mich. Sie hasst mich. Sie hasst mich. Wex, kannst du die Worte ein Leben haben? Vielleicht hattest du diesen Zustand mal. Aber seitdem du das Spiel spielst, ist das alles Geschichte. Ich habe ein sehr aktives Leben, okay? Ich stehe morgens auf. Sitze hier. Sitze hier. Sitze hier. Masturbiere hier. Sitze hier. Und dann schlafe ich da drüben, ja? Und boom! Jetzt solltest du ins Bett gehen. Du... Du musst... Du musst gut ausgerutscht sein, wenn du all die Tests bestehen möchtest, für die du schon so viel gelernt hast. Wir haben es geschafft. Gerade so. Gott, Sarah. Du bist so schnell gerannt für so ein Mädchen. Für... Du bist so schnell gerannt für ein Mädchen. Denn Mädchen sind alle unsportlich und scheiße. Mädchen können die schnell rennen, ja? Mädchen können nur... Ich habe bereits sehr viel auf meinem Rücken. Es wird Zeit für dich, sich zu bücken. Ich habe versucht... Guten Morgen, alle zusammen. Bitte setzt euch hin. Heute ist unsere erste wahre eng Japanisch Stunde, ja? Und ich erwarte von euch die volle Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Oh, shit. In Japanisch gibt es drei verschiedene... Ähm... Buchstaben? Pizza, wo, tabemasu. Alter, ist gut, ey. Guck mal nach oben. Ich kann auch Fotos machen, ja? Okay. Ich ignoriere das, was ich gerade gemacht habe. Das hier heißt, ich esse Pizza? Das ist ein Zeichen. Das ist einfach nur eine Vogelhütte, ja? Das ist alles? Hier kann ich alles also für Adjektive und für Werbe oder sowas? Nimm ich an. Für kleine Worte. Damit ich die kleinen, kleinen Worte eine Verbindung in dem Satz aufbauen oder sowas. Ich bin verwirrt von dem englischen Satz als von japanisch an sich. Oh mein Gott, eine Konjugation. Alter, was ist... Was ist eine Konjugation? Konjugation. Abwandlung, Beugung, Flexion eines Verbs in seinen grammatischen Formen. Das ist schon mal her, okay? Schreibt mir ein Beispiel. Konjugiert das Wort Essen. Do it. Ich wusste es. Konjugieren ist, ich esse, sie essen. Ich wusste es. Also... Ich habe euch nur getestet, Chad, ja? Bam, ihr habt alle bestanden. Also, ich regale das speziell für... Ich, du, er, sie, es, wie ihr, sie und sowas. Nein? Was? Nein. Es ist das mit den Zeiten. Ich mag Knete. Sehr schön. Das freut mich zu hören, ja? Ich lerne 46 Wörter jetzt? Gar kein Problem. Wow, shit. Gibt es die sogar? Ah. I. U. 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 Wenn jemand in die Eier tritt, kommt der Sound, ja? U. I. 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 Heißt Hausabend noch I. I. Was sagen eigentlich die Partner, wenn sie irgendwie aufs Mauer fliegen? Sagen die dann auch Au? Oder nicht? Weil im Grunde sagen die einfach jedes Mal blau. Okay, jetzt schau auf das Board und versuche alles zu ändern. Oh, come on. Ich versuche alles möglichst gut zu ändern, ja? Alles. Alles erinnern, ja? Okay. Popquiz. Äh, bist du ready? Nein? Oh, shit. Oh, ich hab eine Minute Zeit. Äh, oh mein Gott. Äh, ähm. Nein, ich hab... Fuck, ich hab das falsche Bild. Das ist das falsche Bild. Okay. Herbst ist... Herbst ist das hier. Wow, okay, das muss ich eigentlich ausrasten, ja? Key? Oh, das war auch falsch. Überraschend. Oh, nein. Nein, nein. Das ist dreimal dasselbe. Oh, ich hab recht... Recht gehabt. Ich hab recht gehabt. Ich hab recht gehabt. Der Test ist... Ich hab 20% bekommen. Wow. Aras, ein T. Mit einer 9 unten dran. Okay, I. Fotografisches Gedächtnis aktivieren. Das ist das größte Als-Zeichen. Ist cool. K.O. ist... Wenn jemand stirbt, die Linie. Aber zweimal. Zack, Pop-Queeze. Okay, let's go. Wow, es hat sich aber gelohnt, da aufzupassen, du. Hä? Wie geht das eigentlich deiner Freundin von Twitter? Sie sah ganz schön abgemagert aus. Ich mein, sie nimmt halt eher langsam zu, ne? Aber sie gibt sich Mühe. Sie lächelt sogar. Falsche Cam. Ihr seht's nicht. Da ist... Sie lächelt sogar, ja? Wir können sagen, dass das I gebogen wurde und dann abgeschnitten wurde. Und das eine ist jetzt abgetrennt hier und das andere ist hier so. Mega smart eigentlich, oder? Sowas würde ich nur zeichnen können, wenn ich blau wäre wahrscheinlich. Wir müssen uns merken, dass IT elektronisch ist. Und deswegen hat das K das E nebendran, okay? Das ist hier ein Schnauzer. Das sind die Augen. Das ist hier ein wütender Mund, okay? Der sieht, dass Windows mal wieder updaten möchte. Und was ist Windows? Eine künstliche Intelligenz. Mehr oder weniger, ja? Boom. Übergang gefunden. Ich fühl mich jetzt ein bisschen sicher, wenn ich ehrlich bin. Popkurs. Ich bin ready. KO. Rechts unten. Zack. K.U. Boom. Zack. Das hier. Oh mein Gott. Das könnte Liebe sein. Das könnte aber auch Red sein. Weil Red zweimal dasteht. Es ist Red. Wuhu. Ist das hier. Ja. 4 von 5. Haus. Oh nein. Haus. Moment. Haus ist das hier. Ja. Hey, danke, Mann. Vielen Dank für den neuen Zahn. Okay. Na, endlich. Jetzt legst du sie flach. Seht ihr das? Sie ist überhaupt nicht repressed davon, ja? War schon mal jemand von euch, äh, wirklich, halt in Japanisch lessons? Das Ding ist, ich war schon mal in welchen, glaube ich. Aber ich war nur an dem Tag da, als wir alle Sushi gemacht haben. Also, äh. Oh, das ist Sarah. Guck mal. Sarah, bist du eigentlich beeindruckt von nicht nur meinen Muskeln und meinen großen Gliedern und auch von meinen Japanisch-Kennnissen, ja? Äh. Pizza. Oh, fuck. Moment. Oh, nein. Das bringt mir auch nichts. Ei. Ei, 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 ei. Können. Weder eine Antwort. Ja. Nein. Bin nur für die Animatitis hier. 55% sagen, bin nur für die Animatitis hier. 55% sagen nein. Und 10% sagen ja. Guck mal, das Problem, ja? Die können halt einfach keine ordentliche Antwort von sich geben, weil das Blut nicht in ihrem Gehirn, sondern in ihrem Glied ist. Mach mal die Musik davon aus. Die stört bei mir, die zwei Spielen. Das tut mir wirklich aufrichtig leid, ja? Stellt euch einfach vor, dass der Sound aus Saras Mund kommt, ja? Stellt es euch nicht vor, okay? Stellt es euch nicht vor. Ich lasse uns mal, ähm, zum Mall gehen. Warum nicht? Kannst du... Kannst du dir vorstellen, dass ich noch mehr lieb habe als alles in der Welt? Ich gehe gerne shoppen, ja? Ich liebe es, mein Geld für unnötige Scheiße auszugeben. Und du? Ey, was geht's? Solatex, ja? Auch er liebt es, sein Geld für unnötige Scheiße auszugeben. Ciao. RIP. Dafür bin ich gerade 30 Minuten gelaufen, ja? Mit dem Zug gefahren. Dann mit dem Segway. Reingedüst, weil das viel zu weit weg von mir ist. Nur um zu sagen, dass es jetzt geht. Ich glaube es nicht. Guten Abend. Frau Saito, ich bin wieder da. Was? Wait. Okerisa nasai? Okerisa... What the fuck ist das? Ich glaube, was heißt Okerisa nasai? Bang mich. Dann hätte ich mir denken können, ja. Okerisa nasai. Ok, Messiah. Ja, so will ich in Zukunft immer angesprochen werden. Von Dados, ja? Junge, ich werde so crazy gut aussehen, wenn ich in Japan, ne? Neben Dados und Dalu und Senki stehe. Dann werde ich für uns die Tische bestellen, ja? Und die nebendran so. Ich rufe dich an. Du gehst nicht ran. No more unbekannt. Welche Sprachen sprichst du? Englisch und Deutsch. Und auch Japanisch jetzt, ja? Ich zeige dir mal gleich, wie gut ich Japanisch kann, ja? Pizza. Pizza. Heißt Pizza auf Japanisch. Verstehst du? Das ist nur für Leute, die halt möglicher Punch können, okay? Ich werde mehr Streams davon spielen. Ich sag's euch, okay? Ich schwöre es. Das lief besser, als ich gedacht hab, Chad. Ich bin beeindruckt. Ich hab den Baunum bekommen, als ich das, glaub ich, runtergeladen hab. Komm mal, eins bin ich, ja? Ein guter Husband, ja? Ich hab mein Auto in die Garage eingeparkt. Hab hier ne Mülltonne. Ich fahre einen wundervollen, langen Wagen. Wahrscheinlich BMW oder sowas. Ist das meine Frau? Kann ich meine Frau küssen? Das ist, was ein guter Husband macht, ja? Hey, Schatz. Geh mir aus den Augen. Aber. Ey, was geht? Schatz. Oh! Also, das erstmal das machen, was so ein Mann halt macht, ne? Die Arbeit. Das Auto reparieren. Denn ich als Mann, ja? Hab all die Fertigkeiten, ne? Die ein perfekter Mensch hat. Three months ago. Wait, da ist kein Ding, oder? Da, da. Da. Jochen, was ich nicht erwartet hatte, war, jetzt zwei Rechtecke zu sehen, die aufeinander klatschen, okay? Schatz, kannst du dir erinnern, dass du gesagt hast, dass mein Ding klein ist, ja? Weißt du, was nicht so klein ist? Der Lauf dieser Waffe, ja? Das Ende? Ich bin im Gefängnis, aber es war alles wert. Hier, der ist jetzt oben, der Sitz. Kann ich ihn zuklappen, sobald der Kopf im Klo hängt, ja? Dann mach ich ihn zu. Aber ein paar Mal, okay? Glaub mir, du. Oh, wir können, wir können Essen machen. Spiegelei, ja? Hier, Schatz, nur für dich. Weil du die Beste bist, ja? Your mother's awful cooking is better than this. Oh mein Gott. Ich hab aber... Ah, den Müll rausbringen, ja? Ich kann direkt die Frau eigentlich mitnehmen. Dieses Spiel sorgt für gute Atmosphäre für Valentinstag. Ja, das stimmt allerdings. Großes Haus, großes Auto, großer Garten, große Hure im Wohnzimmer, ja? Das ist beeindruckend. Willst du mal dran lecken? An mir ist der Schlag nicht mehr geleckt, ja? Was darfst du, wie ich mich fühle, hä? Jetzt hab ich noch ein Spiel, okay? A good wife. Jawohl. Ich liebe dich. I love the fuck out of you. Okay. Chat. Was sagt ihr? Ja oder nein? Soll ich dieses Spiel spielen? Weil ich bin mir nicht sicher. Das Spiel ist noch ungefähr 5 Minuten lang. Es sind nur 5 Minuten. 5 Minuten mit diesem Spiel, okay? Mehr braucht ihr sowieso nicht. Willkommen, meine Damen. Ihr wollt ja schon länger mal wieder den Case unbedingt sehen, ja? Und tatsächlich willkommen zu meinem Case unbedingt, ja? Ich hab eine Website gefunden, die... Die ist sehr cool, okay? Die ist ziemlich neu. Ich schwöre, ich hab damit keine Verbindungen, okay? Ich hab damit keine Verbindungen. Hör auf zu bellen, Hund. Bitte, hör auf zu bellen, ja? Jetzt nicht. Es gibt diese Website. Das ist ein bisschen anders, okay? Ein bisschen anders. Es gibt hier keine Skins zu Waffen. Dafür gibt es Skins. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Ich muss jetzt das Film offline stellen. Rip in Peace. Das war schön. Äh, schön ist... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hätte nachschauen sollen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay. Ich muss den runterladen und dann ganz schnell löschen. Gute Nacht. Danke fürs Zuschauen. Man sieht sich besser morgen wieder.